Nachdenkseiten Die kritische Website Fall Babchenko Die Bürger genießen im Zeitalter der Inszenierung keinen Medienschutz Von Tobias Riegel Wenn die Vortäuschung des Mordes an dem russischen Journalisten Arkady Babchenko eine Übung in Medienkompetenz war, dann sind viele deutsche Redakteure durchgefallen. Besonders der Berufsverband DJV hat sich erneut als journalistisch unseriöse und besonders forsche antirussische Stimme hervorgetan. Spätestens nach der Episode Babchenko sollte klar sein, ein medialer Schutz vor politischen Kampagnen und so aufwendigen wie durchschaubaren Inszenierungen existiert nicht. Die Bürger sind in dieser Hinsicht auf sich allein gestellt und müssen sich dementsprechend mit Medienkompetenz wappnen. Die Vorgänge um den in der Ukraine zunächst als ermordet gemeldeten und wenig später Pressekonferenzen gebenden russischen Journalisten Arkady Babchenko waren nicht nur wahrlich erstaunlich. Sie waren auch eine öffentliche Übung in Medienkompetenz für deutsche Redakteure. Dabei sind sie krachend gescheitert, und zwar gleich doppelt. Nicht nur wurde der angebliche Mord am Kreml-Kritiker umgehend und mehr oder weniger offensiv dem russischen Staat angelastet. Zusätzlich wird nun nach Babchenkos Auferstehung die dubiose Version der Geschehnisse, die der ukrainische Geheimdienst verbreitet, teils kritiklos, teils mit unverhohlener Bewunderung, ob des filmreifen Kuhs als real anerkannt. Es mischen sich aber auch, das ist positiv und bemerkenswert, selbst bei der Bild-Zeitung Zweifel und Vorsicht darunter. In all dem offenbart der Deutsche Journalistenverband DJV eine besonders skandalöse und naive Berufsauffassung. Die Bürger wurden in jüngster Vergangenheit Ziel von aufwendigen, kaum kaschierten und in ihrem Charakter irreal schillernden Inszenierungen. Der Fall Babchenko reiht sich dort ein. Journalisten müssen sich diesem Phänomen eigentlich durch einen Lernprozess anpassen und Skepsis und Geduld entwickeln, wenn sie ihrer anmaßenden Selbstdefinition, Schutzschild für die Bürger zu sein, gerecht werden sollen. Zumal sie das eigene Hereinfallen auf Inszenierungen nicht als bewusste Unterstützung von politischen Kampagnen darstellen, sondern als Verkettung von bedauerlichen Fehlern. Doch es ist mittlerweile zweitrangig, ob das mediale Versagen bei der Analyse von dubiosen Kampagnen individuelle Unfähigkeit ist oder eine konzertierte Aktion. Für die Bürger bleibt die Erkenntnis, dass sie von den großen deutschen Medien keinen Schutz vor geopolitischer Manipulation mehr erwarten können. Sie werden schnöde im Stich gelassen. Das hehre Selbstverständnis der großen Medien mag sich schon lange als hohle Phrase offenbart haben, da viele Medien aber weiterhin lautstark auf ihre Rolle als angeblicher Aufklärer pochen, muss man diesem Mythos immer wieder entgegentreten. Episoden wie die um Babchenko wirken da hoffentlich als Augenöffner und als Motivation, die eigene Skepsis und Medienkompetenz zu stärken. Motiv Kremlkritik Ein quicklebendiges Mordopfer stellt eine ganze Branche bloß. Spätestens die Kampagnen zu angeblichen Giftgasangriffen oder zum Fall Skripal haben die bislang nicht gekannte Entschlossenheit einiger Politiker und Redakteure verdeutlicht, auch groteske Narrative mit der Macht der Wiederholung zu etablieren. Kaum ein Monat vergeht ohne spektakuläre Prüfungen der Medienkompetenz der Bürger und Redakteure, ohne Beleidigungen der Intelligenz und ohne Beugung juristischer Prinzipien durch aggressive Verdachtsberichterstattung. Erfahrungsgemäß wäre es im Fall Babchenko mutmaßlich so weitergegangen wie im Fall Skripal beim russischen Staatsdoping oder bei den Maidanschüssen. Nach gehöriger medialer Vorvorurteilung Russlands wäre die Berichterstattung jäh abgebrochen und der Fall, unaufgeklärt, im kollektiven Gedächtnis geparkt worden. Vorher wäre möglicherweise versucht worden, das Fehlen von Beweisen, Motiv und Plausibilität durch die schiere Masse an ähnlich lautenden Berichten zu verdecken. Doch dann platzt in dieses mutmaßliche Vorhaben das quicklebendige Mordopfer Babchenko und stellt einmal mehr eine ganze Branche bloß. Interessant ist, dass die Kampagnen zum Zeitpunkt der schnellen Auflösung noch nicht richtig angefahren waren. Viele Journalisten hatten sich zwar schon für moralische Appelle gegen Russland warmgelaufen, aber Putin war es, hatte die Bild-Zeitung in ihrem relativ zurückhaltenden Bericht noch nicht gerufen, auch wenn die Zeitung, wie andere Medien, kaum andere Mordmotive zuließ als Kreml-Kritik. Medienalphatiere twittern sich um Kopf und Kragen Noch weiter als ihre eigenen Medien hatten sich aber journalistische deutsche Alphatiere in der Sache vorgewagt. Ina Ruck setzt immerhin noch ein Vielleicht vor ihr Urteil gegen Russland. Twitter-Zitat Lesen Letztes Jahr hat Arkady Babchenko im Guardian erklärt, warum er Russland verlassen musste und nach Kiew zog. Vielleicht erklärt der Artikel auch, warum er heute ermordet wurde. Ein Wunder, dass es überhaupt noch mutige Journalisten gibt in Russland. Zitat Ende Das würde Bild-Chef Julian Röpke niemals einfallen. Twitter-Zitat Putins Regie mordet und mordet und mordet. Warum? Weil er weiß, dass er wie immer straffrei ausgeht und am Ende doch alles bekommt, was er will. Der FIFA World Cup und Nord Stream 2 sind nur zwei Beispiele von unzähligen. Ruhe in Frieden, Arkady Babchenko. Zitat Ende Und auch Julian Hans von der Süddeutschen Zeitung twittert sich um Kopf und Kragen. Twitter-Zitat Mir wird jetzt schon wieder übel, wenn ich daran denke, dass wir in den nächsten Wochen wieder zig Versionen zu hören bekommen, warum dieser Mord allen genutzt hat. Kiew, ukrainische Nationalisten, den Briten, den Amis. Nur das Naheliegende kann's nicht gewesen sein. Zitat Ende Diese unwürdigen Äußerungen zu einer nicht einmal begonnenen Mordermittlung wurden aber noch vom Deutschen Journalistenverband DJV in den Schatten gestellt. Die mehr noch als alle Privatmedien zu besonderer Neutralität verpflichtete Branchenvertretung positionierte sich mit einem forschen Tweet eindeutig auf der Seite der Info-Kriegsfront. Twitter-Zitat Prominenter regierungskritischer Journalist Arkady Babchenko in Kiew erschossen. Spätestens jetzt sollen die EU-Staaten ernsthaft über einen Boykott der WM 2018 nachdenken. Zitat Ende Der Offenbarungseid des Deutschen Journalistenverbands Es ist nicht das erste Mal, dass der DJV mit offenen antirussischen Ressentiments auffällt. Besonders aggressiv geht der Verband gegen das russische Auslandsmedium RT vor. Diese, laut DJV Reporter des kreml-treuen Propagandakanals RT, haben auch dann kein Mitgefühl verdient, wenn sie zusammengeschlagen werden. Und das, obwohl der DJV verpflichtet wäre, die Interessen der zum Teil deutschen Mitarbeiter von RT ebenso zu schützen wie jene von Bild- oder Spiegel-Redakteuren. Auch um Entspannung bemühte Politiker wie Matthias Platzeck werden vom DJV diffamiert, wenn sie es wagen, der Putin-treuen Propagandaschleuder RT-Interviews zu geben. Es ist überraschend, dass nicht noch mehr Journalisten dem hier beschriebenen Beispiel folgen und einem Verband, der seine Verpflichtung zur Neutralität und Distanz mit Füßen tritt, den Rücken kehren. Den endgültigen journalistischen Offenbarungseid leistete nun zusätzlich zum infamen WM-Boykott-Tweet des DJV aber der DJV-Vorsitzende Frank Überall. Zitat Es ist gefährlich, in einer Welt zu leben, wo die Behörden, wo die Politik, die Bürger und die Öffentlichkeit dreist belügen, sagte er, nachdem Babchenko wieder aufgetaucht war. Und weiter Dieses journalistische Selbstverständnis, das offensichtlich von grundsätzlich die Wahrheit sagenden Behörden ausgeht, zieht einem in seiner Naivität fast die Schuhe aus. Es ist nicht gefährlich, in einer solchen Welt zu leben. Von einer solchen Welt auszugehen, ist zwingende Voraussetzung für den Beruf des Journalisten. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns ab, wenn Sie auch beiucken. Untertitelung des ZDF, 2020